Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog zum Thema Kryptokom. Ich habe euch ja in einem meiner Blogs zuletzt diese rote Karte vorgestellt, diese Debitkarte von Visa. Mit der könnt ihr jetzt bis Ende September bei Lidl, Aldi, Edeka und ganz vielen anderen Lebensmittelhändlern einkaufen und erhaltet 10% Cashback in Form des Quote Tokens zurückerstattet. Wie ihr aber auch bei REWA einkaufen könnt und dabei auch 5 bis 10% Cashback erhaltet, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017